Unglaubliche Arbeit, Shanna! Unsere Siedlung sieht besser aus als je zuvor. Und du selbst siehst auch ein bisschen stärker aus. Jetzt gibt es etwas, was ich dir erklären muss, junges Fräulein. Die Seuche, die Rimula durchdrungen hat, wurde von einer üblen Bestie verbreitet, die über dieses Land herrscht. Wir leben im Schatten des Haar des Kondors, eines Höllenvogels, der unseren Himmel und unsere Herzen verdunkelt. Wenn wir keinen Weg finden, diesen Schurken zu besiegen, sind wir verloren. Natürlich verfügen wir noch nicht über die Mittel, gegen eine derart mächtige Kreatur in den Kampf zu ziehen. Und im Augenblick wäre es noch töricht, wenn wir uns davon ablenken ließen, den Männern und Frauen um uns herum das Leben zu retten. Aber denkt dran, Shanna, es ist unsere heilige Pflicht, den Haar des Kondors zu vernichten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir nicht nur diese Siedlung ausbauen, sondern uns auch besser bewaffnen. Mischung kompliziert. Ah, und noch ein Nebensarm. Nice. Äh, naja, und jetzt? Oh, 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 unser erster Battle. Und mir ist, ich habe gerade, als ich mit ihm gequatscht habe, ist mir wirklich aufgefallen, wir kriegen ja auch noch die Teleporter, die müssen wir ja auch noch irgendwo hinbauen. Das heißt, im Prinzip, im Prinzip muss unser Zimmer komplett, einmal hier, komplett über, so hier, bis hier gehen, oder wir überdachen das Ganze, nee, das ist scheiße. Einmal so in U-Form komplett da rum, oder wo könnten wir denn die Teleporter aufbauen? Für die Teleporter kriegen wir, wenn ich nicht komplett besoffen bin, kriegen wir sogar Punkte, wenn die in einem Raum stehen. Ich habe mir eben überlegt, die Teleporter, perfekt, da der Raum nur in der Mitte was hat, könnte man die hier hinstellen. Hier ein, da ein, aber im Krankenzimmer die Teleporter, das erscheint mir irgendwie merkwürdig. Das erscheint mir irgendwie merkwürdig. Wir speichern erstmal und bestreiten den ersten Kampf, wartet nochmal kurz. Ach, immer nur futtern muss man hier. Ich hoffe, wir, auch mal diese, ich vermisse jetzt schon so sehr die 80% Essensdinger. Dann saven wir einmal in the game. Und dann bestreiten wir unseren ersten Kampf in dieser misslichen Lage. Umzingelt von Giftwasser. Eine Richtung, aus der die Monster kommen können. Das ist natürlich einfach. Mit Kati haben wir, doch haben wir, ja scheiße. Shanna, ich spüre, dass etwas Böses in der Luft liegt. Ich fürchte, diese unheilvolle Aura weist auf eine große Monsterhorde hin, die sich zum Angriff bereit macht. Was haben wir nur getan, um ihren Zorn auf uns zu ziehen. Sie haben uns noch nie in so großer Zahl angegriffen. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um unsere Siedlung zu schützen. Shanna, mein Engel, wirst du Rimuldas Vorkämpfer sein? Bist du bereit, dir plündernden Bestien zu vertreiben? Ich bin ready to go, bitch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich werde mein Bestes geben. Die Göttin stehe uns bei. Ich bin begeistert. Ich haue euch so auf die Fresse. Auf... Äh, der Hades Kondor ruft unterstützt. Ich wollte gerade schon sagen, manchmal glaube ich, es hackt. Nein, falsche Waffe. Ah. Siehende Kriecher erscheinen. Oh. Unuhuuhu. Malute Forgas. Ihr Malute Forgas. Warum ist hier ein Ast? Malute Fogas! Malute Fogas! Malute Fogas! Malute Fogas! Malute Fogas! Sechs von sieben. Achso, ein Boss, ein Boss kommt wahrscheinlich noch. Wer ist das? Achso, ein großer. Malute Fogas! Ja, ja, ja. Lasst mich ihn töten! Oh, die Monster wurden beseicht Ich bin so geil Sieg Shanna erhält ein blaues Teleportal Tja, damit haben wir doch gerechnet Und ein neues Fähnchen Hurra, hurra, hudeletti Das ist ein neuer Nein, 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 da willst du mich verarschen Will der mich Ich hab, Alter, ich kann gar nicht so viel bauen Ich, Alter Schwede Alter, was Was ist denn das Eins Zwei Drei Wo ist, hä, wo ist Kati Ich zeig's euch nochmal hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Wollt ihr mich in irgendeiner Art und Weise Eins Zwei Zwei Aha, ich hab grad die Lösung für mein Problem gefunden Sobald ich etwas Erde habe Dann wird das hier quasi ein Sechs-Mann-Zimmer Macht doch nichts Macht doch nichts So, hier, was hat er denn Ich habe das Licht gesehen Schanner Mein Engel Ich wusste nicht, dass es in Rimulda Einmal in diesen gibt Nicht, dass es jetzt wichtig wäre Ich heiße Edzard Es freut mich Dich bekannt Zu haben Oh nein Alter Was geht mit dir ab Hier, zack Ups Das tut mir leid Was Äh Bitte Gegengiften Ich hab Darum kümmere ich mich später Ich hab keine Ich hab leider keine Zeit Die hier zu füttern Mit irgendwas Hallo, ich heiße Atze Ich heiße Atze Ich habe das Licht am Horizont gesehen Alter, yo Und ich bin hier hergekommen Ohne eine Pause einzulegen Ich war vorher bei Igor Aber ich dachte mir Wenn ich schon den Löffel abgeben muss Oh yeah Dann auf keinen Fall dort Ja, hier, komm, Alter Atze Unser Atze Das ist wahrscheinlich ein Verräter Brauche Wasser Gut Damit kann ich sowieso nicht dienen Äh Ja Perfekt Wo ist denn bitte unser Bett Oh 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 ne Jetzt gehen die schon voll ab Oder was Ähm Ich muss Ich muss hier raus Erstmal proviso Es tut mir leid Ich muss provisorisch Provisorisch einen Raum Hier raus Bauen Für mich Ne Ach man Kacke Das darf doch alles Nicht wahr sein Hier Bin ich denn der Gepeitschte? Bin ich denn der Gepeitschte? Ich brauche Erde Scheiße Oh die Die machen es hier einem Die machen es hier einem Wirklich nicht leicht Mann Was hab ich euch getut? Mann Wann 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 Biss dich Junge Das sollte Vielleicht genug Wartet Das ist schöner Ach nein Oh nein Was hat der denn Für ein scheiß Problem Naja Wenn ich Monster Ei kriege Dann ist meistens Schon alles vergessen Weil da bin ich Dann immer sehr Glücklich drüber Ey Das ist Das ist nicht euer Ernst Das kann nicht Euer fucking Ernst sein Diese Mistviecher Und denn Alter Seid ihr bekackt Seid ihr bekackt Und wahrscheinlich Gleich nochmal Der nächste hier Geil So Ey das Ey das ist Kapitel 2 Wenn wir jetzt in Kapitel 5 werden Okay Aber das ist Fucking Kapitel Ey alter Ey ich warte Alter verpiss dich Verpiss dich Doch einfach Wo ist meine Stromatratze Die bekloppte Ey Quatsch Stromatratze Ich will natürlich Ein einfaches Bett haben Oh nein Oh nein Was Oh nein Ey Ich Oh ich bin Ich bin so blöd Ich bin so blöd Mann Jetzt wird es eh gleich Wieder hell Hier Ja schöner geht es nicht Würde ich sagen Schöner geht es nicht Achso da ist was Ein Licht Durchbrach die Dunkelheit Er durchbricht Bilder entstehen vor Shannas geistigem Auge Ich bin Erdrich Hör mich an Du In dessen Adern Mein Blut fließt Und der du mein Schicksal Geerbt hast Willst du die böse Insel erreichen Die man von der Küste Tantigels aussieht So wirst du die drei Heiligen Artefakte benötigen Sammle sie Dann gelingt es dir Womöglich Ich auf die verfluchte Insel Überzusetzen Und den Quell Allen Übels Zu zerstören Wie ich es selbst Einst getan habe Vor meiner Überfahrt Vertraute ich die drei Objekte drei großen Weisen an So das Schicksal Es will Hüten deren Nachfahren sie noch heute Wenn das Böse Erneut auf der Unglückseligen Insel Herrscht Musst du die Heiligen drei Versammeln Und für das Licht In den Kampf ziehen Zweifellos Erwarten dich Die Nachfahren Der Weisen Irgendwo auf dieser Welt Du musst sie finden Blut von meinem Blut Kind meiner Kinder Geh nun Und erfülle dein Schicksal Das mach ich Papa Es schien deine Erinnerung Hat etwas zu sein Das vor langer Langer Zeit geschehen ist Aber ob diese Vergangenheit Dir selbst gehört Oder jemand anderen Daran erinnert Channa sich nicht Den Text kennen wir bereits Den haben wir bereits Zweimal glaube ich gelesen Denn es ist immer derselbe So Ich weiß Es sieht nicht Sonderlich schön aus Aber musste jetzt mal sein Bauen wir gleich hier oben auf Provisorisch wie gesagt Wir brauchen dann Licht Müssen hier höher bauen Dann haben wir jetzt Zumindest einen Schlaf gemacht Aber solange wir für uns kein Solange wir für uns kein Äh Privathaushaltsschild machen können Ist eh egal Toll Es gefällt mir nicht hier Das finde ich Das finde ich wirklich nicht schön Ja Ja das weiß ich Ich finde das natürlich Wirklich Nicht schön hier Einen Schlafraum Für sechs Leute zu haben Vor allem gehen uns dadurch Punkte flöten Weil wenn wir Einen neuen Raum hätten Würde der natürlich Mehr Punkte geben Hier drüber Aber ich hab Ich hab einfach jetzt Zur Zeit Nicht mal annend Die Möglichkeit hier Irgendwo ein zweites Wohnzimmer zu bauen Deswegen Müssen wir Das hier erstmal Um zwei Betten Erweitern Und dann können Wenn die beiden Kranken Nicht mehr krank sind Dann können auch die Hier übernachten Jetzt brauchen wir nochmal Zwei Sackbetten Dinger da Äh Stromatratzen Wir könnten natürlich auch Den wartet 30 Bonuspunkte 80 Ist gar nicht so ein Riesenunterschied ne Früher oder später Können wir natürlich Wir könnten jetzt schon 6 18 Wir könnten das jetzt schon Komplett Wir könnten das jetzt schon Komplett ersetzen Wir bauen jetzt Zwei einfache Betten Ist ja Quatsch Warum soll ich die Stromatratzen Bauen wenn wir ein einfaches Bett bauen können So wie dem nicht Und dann ersetzen wir das Nach und nach So machen wir das Zack Zack Shanna baut ein Schi Ah das ist sogar Was geil Shanna baut ein Schickes Schlafzimmer Eine Premiere Achso Ne wegen Luxusbetten Schickes Schlafzimmer Ein geschmackvoll Eingerichtetes Gemach für zwei Erhöht das LP Maximum von Bewohnern Um 15% Zwei Luxusbetten Und eine Lichtquelle No seht da Haben wir hier Äh 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 Juhu Lasst bitte Mein Bauwerk in Ruhe Nein Falsche Waffe Voll aufs Maul Ha 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 Huh Wow Oh Ah scheiße Ja Pilze Pilze sind gut Die brauchen wir auch Jetzt gerade noch nicht Aber dann Alter ich bin Gerade voll zufrieden Dass wir ein schickes Schlafzimmer geschaffen haben Ich hoffe wir haben heute überhaupt irgendwas geschafft Es kommt mir nämlich so vor Als wenn ich irgendwie so gut wie gar nichts geschafft hätte Aber eigentlich haben wir Eigentlich haben wir ganz gut was geschafft Wir sind noch nicht fertig aber Ne Nur mal so am Rande bemerkt Zwei Töpfe Perfekt Wir müssen keine Töpfe mehr bauen Das heißt dafür geht keine Erde mehr drauf Neunmal Heilsalbe 15,30 Wir behalten die Heilkräuter Erstmal davon haben wir auch genug im Prinzip Und was geht hier ab Davon haben sie uns jetzt auch zwei hergestellt Die nehmen wir mit Besten Dank Spiegel ein Na gut Na gut Na gut Okay Okay Wir haben also Hier schon mal Angefangen Das hier erweitert Wir können alle Leute unterbringen Wir müssen jetzt aber Wahrscheinlich Das Teleportal aufbauen Wie viel Erde habe ich? 28 Wenn ich hier wirklich Komplett eine Etage aus meinem Zimmer mache Dann muss ich das bei mir reinbauen Äh Hier Alter Shanna Meine größte Befürchtung hat sich bewahrheitet Die Monster die unsere Siedlung angegriffen haben Standen unter dem Befehl des Hardus Condors selbst Offensichtlich weiß die Bestie wo sich unsere Krankenstube befindet Und unsere Ortschaft Wir müssen von jetzt an auf der Hut sein Aber dennoch scheint es einen Silberstreif am Horizont zu geben Ich habe gehört dass du eines Teleportals habhaft geworden bist Junges Fräulein Mit einem solchen Artefakt kannst du in neue Länder reisen Und alle möglichen faszinierenden Materialien in deine schmutzigen kleinen Finger bekommen Aus diesem Grunde möchte ich dir etwas auftragen Zwar habe ich die Vergiftungswelle in den Griff bekommen Von der diese Insel erfasst worden war Aber sie ist nicht das einzige Leinen das wir behandeln müssen Wir müssen auch ein Heilmittel für die lebende Krankheit finden Die so viele Bewohner von Rimulda in brabbelnde Wracks verwandelt hat Du musst dich in die widrige Wildnis wagen Und die Ursache dieser Erkrankung herausfinden Shanna Hast du das verstanden? Reise durch das blaue Teleportal Und erkunde die widrige Wildnis Sieh dich in diesem Wald gründlich um Und finde heraus was die Paralyse verursacht Die sich im ganzen Land ausbreitet A new mission on the compass Ich will mal mit Morten reden Weil jetzt ist schon einiges passiert Und der ist Mit dem habe ich dann soweit am längsten nicht geredet Deswegen will ich gucken ob der was Neues zu sagen hat Die sind alle drei hier drin Morphen Hey Shanna Träumst du eigentlich oft? Ich habe in letzter Zeit immer den gleichen Traum Da ist dieser seltsame alte Mann Der ruft nach dir Willst du wissen was er sagt? Hohoho Hallo Shanna Wie gefällt dir dein neues Zuhause? Baust du jede Menge spannender Sachen? Oh und denk immer daran Wann immer du auf einer neuen Insel ankommst Solltest du so viele Materialien wie möglich einsammeln Und eine Erfindung nach der anderen machen Das ist die goldenen Regel des Erbauens Mein Mädchen Ja das ist Roy Er hat furchtbar viele Haare Und einen dicken buschigen Bart Und wenn er atmet Pfeift er so laut durch die Nase Dass es in meinem Kopf wieder halt Aber warum redet er mit mir? Wenn er dir etwas zu sagen hat Wieso platzt er dann nicht einfach in deine Träume hinein? Ich bin eine Heldin Äh ne bin ich nicht Ich bin eine Bauerin Ich träume nicht So ich wollte doch gerade was machen Achso blaues Teleportal Ja Eins Zwei Ne hier gehen sie nicht Jetzt ist das große Das große Thema Wo baue ich das jetzt hin? Baue ich das? Och man Freunde Ich weiß echt nicht wo ich das hin bauen soll Oder wir bauen das in die Schmiede Und dann haben wir immer gleich die Kisten bei uns Ich möchte wirklich bei mir so ein riesen So ein riesen Ding haben Und das später hier rein bauen So es tut mir leid wir Was heißt es tut mir leid? Wir haben ja sogar genug Erde Hoffe ich Hoffe ich dass wir genug Erde haben Wir bauen Wir scheiß drauf Wir machen hier erstmal Und bauen das erstmal hier reinklatschen tun Achso ja Das Problem ist Dass das natürlich Nicht als mein Zimmer zur Zeit erkannt wird Weil ich kein Ding habe Ich hoffe das ändert sich schnell Und dass unser Privatzimmer auch als solches akzeptiert wird Und da ist die Erde schon wieder Quasi weg So Ein Lichtlein hätte ich gerne Das knallen wir mal kurz hier hin Ein Portal auf eine andere Insel Öffnet Och Och Nee 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 Oh bitte nicht alter Er schlagt mich nicht Hoi Rekka Toll gut gemacht Unglaublich Du bist die geilste Oh man Ich träume jede Nacht von dir Shana Wir brauchen Äh Ein Licht Schon wieder Lagerfeuer Ja Haben wir alle Haben wir alles noch Jetzt Achso Und dann wollte ich natürlich noch zusätzlich Ja Zypressenstock Den bauen war eh nicht Wir brauchen nochmal einen abgebrochen Äh Einen Dingsbumsknüppel Und einen Riesenhammer Weil unsere beiden Sachen lösen sich bald in Wohlgefallen auf Wieder mal Was heißt wieder mal Sind jetzt unsere zweiten So Das sieht gut aus Unsere Ähm Ja Hält noch ein bisschen Wir gucken erstmal ob Ah Nein 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 Achso Wenn wir da rüber gehen Dann müssen wir natürlich wieder gucken Dass ich diesmal vielleicht nicht direkt am Anfang wieder Nah am Hungertod stehe So Das kommt hier hin Und dann Shanna baut ein Teleportal Nein Das ist nicht euer Ernst Ne Sowas einfaches und das hatte ich noch nicht Teleportal Lichtquelle Man soll die sogar in Räume bauen Und ich hab die einfach draußen geklatscht Teleportarium Sonstiges Über diesen Raum kannst du zu einer ganz neuen Insel reisen Keine Wirkung Aber immerhin 100 Punkte Wieso ist das jetzt kein Schlafzimmer? Ich hab Licht Ich habe Bett Und Eins W Was Was Wieso hab ich denn jetzt drei Quetzten? Und vor Wartet 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 W Nicht das hier Simples Schlafzimmer Strohmatratze Achso Weil ich zwei brauche Weil ich zwei brauche Deswegen ist das jetzt ein Teleportarium Was machst du in meinem Zimmer Du Penner Hey ähm Shanna Es gibt da etwas Das ich dir schon lange sagen will Aber es ist vielleicht ein bisschen Grob Ich will es dir unbedingt sagen Aber ich habe das Gefühl Dass du dann vielleicht aus der Haut fährst Wenn du versprichst Nicht wütend auf mich zu wehren Sage ich es dir Aber wenn das nicht geht Dann Na dann eben nicht Also Shanna Versprichst du mir Dich nicht zu ärgern? Ja Wirklich? Ehrenwort? Na gut Dann sage ich es dir Na los Morten Du schaffst das Hol einfach Tiefluft Ich weiß nicht Ob es an der Krankheit liegt Oder der Dunkelheit Oder dem schrecklichen Giftigen Sumpf Aber dieser Ort Stinkt zum Himmel Er ist so fad und deprimierend Ich will in der Sonne liegen Und mich im Gras wälzen Ich will mich entspannen Und Spaß haben Ich will leben Shanna Warum lässt du mich nicht leben? Puh Also Shanna Ich dachte du könntest dich Vielleicht für mich Im Dorf der Wichte umsehen Die meisten Leute Nennen die Gegend Die widrige Wildnis Aber dort gibt es Auch ein Dorf der Wichte Und nicht nur das Ich habe gehört Dass dort ein berühmter Angler leben soll Wenn ich nur angeln Gehen könnte Würde mir das Den Alltag schon versüßen Also los Shanna Finde den Angler Frag ihn wie man Eine Angel baut Und stell eine für mich her Bitte Einmal runter Okay Angeln gibt es ja Anscheinend auch Interessant Interessant Äh Oh nein Wieso Ach du Scheiße Shanna mein Engel Unzählige Menschen Leiden an den Krankheiten Die dieses Land heimsuchen Sogar unter dem Weiten Blätterdach Der widrigen Wildnis Gibt es solche Die sich mit Verschwindenden Kräften An ihre An ihre Leben Klammern Ich weiß konkret Von zwei Personen Die sich mit einer Der vielen Krankheiten Angesteckt haben Die in diesem Gebiet Grassieren Ob wir Platz Im Krankenzimmer Haben oder nicht Du musst sie Auf jeden Fall Zu uns bringen Alles ist besser Als einsam Und verlassen In der Wildnis Zu liegen Einschließlich der Patienten Die selbst den Weg Hierher gefunden haben Wäre das dann Vier leidende Seelen Wir müssen sie alle Sobald wie möglich Wieder auf die Beine bringen Eine Ey dann sind es Acht Acht Dann Ja gut Dann hier ist Ende Hier geht es nicht Weiter nach hinten Das heißt Ich muss Ich muss hier nochmal Im Prinzip Dasselbe Pennerzimmer drüber bauen Oder Oder Mir fällt noch was anderes Ein Mal gucken Das war ja Das reinste Wunder Shanna Du hast es Diesen Monstern Dermaßen gezeigt Dass die Monster Es sich in Zukunft Zweimal überlegen werden Uns anzugreifen Und wo wir gerade Bei Wundern sind Stimmt es Dass du dir Bauerin bist Die Auserwählte Die die Gabe besitzt Neue Dinge zu erschaffen Und nicht nur das Du hast auch Ein Teleportal bekommen Damit kannst du Zu einer ganz neuen Insel reisen Ich wette Du findest dort Alle möglichen Neuen Materialien Und dir fallen Viele verschiedene Sachen ein Die du aus ihnen Bauen kannst Aber bevor du Auf die Reise gehst Shanna Wollte ich dich Noch um etwas bitten Diese ganze Insel Ist ein einziger Großer stinkender Sumpf Soweit das Auge reicht Es ist kein Wunder Dass die Leute Krank werden Wenn sie das Faulige Wasser Trinken müssen Wenn wir möchten Wenn wir möchten Dass es allen besser geht Werden wir eine Quelle Mit frischem Wasser Benötigen Zumindest frischerem Als dem Was wir im Moment Haben Könntest du mir Einen entsprechenden Raum einrichten Er sollte mindestens Zehn Blöcke Wasser enthalten Ein paar Töpfe Ein Waschzuber Und einen bequemen Schemel zum Sitzen Ach und eine Truhe Das wäre doch ein Raum Der den Namen Kammer des kühlen Nasses verdient Nicht wahr Zehn Wie soll das Äh Okay Das mit Zehn Blöcken Wasser Das verstehe ich Chanel zum ersten Mal Ein Block Wasserkristall Wir gucken uns das jetzt an Block Ein kurioser Kubus Aus dem fröhlich Frisches Wasser plätschert Dient als Quelle Für frisches Wasser Wenn er unter Bodenniveau Platziert wird Ja unter Bodenniveau Das ist er ja Und so Das ist ja alles Klar Wir bauen erst mal Wieder dahin Wo war er eben Hier Ja ich glaube schon So das bedeutet Dass die ganze Erde Jetzt auch weg muss Weil der Raum Des kühlen Nasses Kommt dann logischerweise Hier hinten hin Haben wir auch noch Gerade so einen Platz Für ausfindig machen können Die ästlichen Bäume Vor unserer Mauer Die müssen dann natürlich Irgendwann früher oder später Auch weg Zack hier Ich brauche langsam mal wieder Holz Gebt her den Schrott Gebt her was ihr mir bieten könnt Hier pinke Blumen Habe ich auch für irgendwas Vorhin missbraucht Ja damit Äste Zack Futter Hier nochmal Bonus Mission machen kann Die Bonus Mission machen kann Die wir da gefunden haben So wenn hier Zehn Blöck Och nein Ist Ach Freunde Freunde der Nichtsnutzigkeit Es hätte Es hätte jetzt natürlich auch sein können Dass wir hier nicht hätten schlafen können Weil es kein Schlafzimmer ist Aber Doch Es geht So ja Die Typen da Ein Gegengift Ach hier Nimm Schaden erfüllt ihn Als Aufgabe Ja Vielleicht bleiben die auch nicht alle hier Ja gut äh Brauche Wasser Das kann ich hier gerade nicht so geben Da muss ich ja dann irgendwas zum Schöpfen noch kriegen Wartet Kurz mal testen Nicht dass ich das dann irgendwie übersehe Einmal herausnehmen Kann ich damit Nee das ist Nee das ist nur platzieren Das kann ich nicht Dann darfst du auch gerne wieder von dannen Weichen ziehen Ich brauche zehn Blöcke Wasser Das ist Äh Warte hier Warte das ist ja egal Das ist ja egal Wir können natürlich auch mehr Das schadet ja nicht Das soll ja schon alles geil sein Ah Hier muss ja die Wand sein Das heißt hier kann nichts Eins Zwei Zwei Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Ich glaube das passt Dann ist das zwar ein bisschen krumm Das ist aber egal Ich habe Ihr wisst ja Ich habe natürlich wie immer Dinge vor Ich plane immer Dinge So Äh Eins Zwei Drei 6 plus 4 sind 10 Ja, das passt So Hier vorne kommt dann das ganze Zeug rein Und hier ist wie Dass man auch ordentlich aus dem Wasser ziehen kann Hier kommt logischerweise Die Wand drüber Das ist dann gleich gehend mit dem Zack, 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 zack Und Aber nur als Andeutung für uns Weil das bauen wir jetzt nicht Und dann müssen wir natürlich Uns von der Kiri sagen lassen Was hier noch alles rein musste Töpfe, bla und blub Und dies und das Ach so Ja, der Zugang ist natürlich nicht der beste Sagen wir mal, das frische Wasser ist natürlich Für die Kranken hauptsächlich Das heißt, zack, bumm, die Tür kommt irgendwie so genau hier hin Hier kommt die Tür Und das können wir schon mal machen Die kommt genau gegenüber Zack, 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 zack Genau Und notfalls kann man natürlich wie in so eine Gasse hier auch dann reingehen Das geht schon halbwegs Das heißt, eine Tür bauen wir auch nochmal schnell Why not, why not, sage ich doch immer Äh Hobelbank Ja, das Neu kann mal weg Das interessiert mich nicht Die Schilder kennen wir Die müssen auch nicht neu sein Die Holzbank muss nicht neu sein Bequemer Schemel muss auch nicht neu sein Äh Der Zaun muss nicht unbedingt neu sein Das Holz nicht Die Fackel nicht Äh Chimärenflügel natürlich auch nicht Was wollte ich bauen? Eine Tür? Freunde? Können wir Sauber Die platzieren wir da schon mal Und dann haben wir schon mal Immerhin Ein Anfang für unser Paradies Naja Sobald wir Erde verwandeln können In Stein oder irgendwas Ich bin eigentlich recht Ich bin Findet ihr es auch schön? Ich bin Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden damit Ich hätte natürlich lieber Dass man jede In jeden Raum richtig gut reinkommt Und hier so eine Seitengasse Um da rein zu kommen Ja, aber wie gesagt Hauptsächlich soll es natürlich Für die Patienten sein Und deswegen Ist das so schon in Ordnung Neben dem hier Der kann da rein und sich Wasser holen Und hier vorne braucht man ja nicht unbedingt Wasser Das hier ist natürlich so Ne, die Form ist jetzt völliger Quatsch Das hier wird noch komplett anders Aber das wird auf jeden Fall Ein Werkstattraum Der Abstellraum bleibt Seht ihr Da haben wir jetzt schon drei Töpfe Da haben wir uns schon neun Erde gespart Und Punkte haben wir natürlich bekommen Das hier finde ich schön Aber es reicht natürlich noch nicht aus Wir müssen hier noch eine Etage drauf bauen Entweder machen wir hier mit einer Leiter Und machen den einfach nur Fangen hier mit dem an oder so Oder wir bauen hier noch eine Treppe hoch Machen den einen weiter nach da oder so Oder auf jeden Fall Kommt hier drüber Auch noch ein Schlafgemach Für mehrere Weil hier ist für mich Hier kommt dann Das Megator hin Und so ein Scheiß Hier haben wir sehr viel Platz Hier müsste Obwohl hier können wir Deko machen Hier können wir irgendwie Dekoscheiße hinbauen Ne, aber an sich ist das Schon in Ordnung so Oh, mein Kreuze Ähm Meinetwegen Bleib da Dann müssen wir mal kurz Wieder ein paar gekochte Bonbonen Uns bauen Wartet hier Töpferware Muss auch nicht neu sein Ach Oh, nee Jetzt, nee Ich wollte eigentlich Schluss machen Und drei Folgen wieder machen Aber jetzt sind wir bei einer Zeit Und ich hab doch noch Ein paar Dinge Kann ich im Prinzip noch machen Dann machen wir doch vier Folgen Ist egal Dann gucken wir uns nämlich Doch nochmal die neue Insel Zumindest schon mal an Naja, du solltest eigentlich Noch einen essen Das Gegengift Ja, ich würde sagen Och, nee Ja, ja Es ist Ist ja nichts Neues Wann erscheinen denn mal Keine Monster So Äh Hallo Die Ey Ey Was zum Geier Ey Was für ein blöder Pisser Ich baue eine Mauer Mann Ich brauche eine Steinmauer Scheiße Die Hämmerlinge Die haben immer so getan Als wenn sie Freunde wären Aber ihr seht Ihr seht Was es für Verbrecher sind Für Verfluchte Da Ah Er hat Anscheinend haben sie aber Nur Erde kaputt gemacht Damit Das wäre jetzt Nicht unbedingt so Megatragisch Kerbliche Küche Ist wieder da Und Krankenzimmer ist wieder da Das ist gut Alles heile Anscheinend ist es Nichts kaputt gegangen Außer dass er wirklich Ein bisschen Erde Weg gemacht hat Hier war ja sonst Gar nichts drin Und hier haben wir Unsere Truhe Alles unberührt Unsere Fackel Ne Alles heile geblieben Alles gut So Ja Dann können wir jetzt Durchs Teleportal Oder Doch Wir können durchs Teleportal Wir speichern einmal Was sollte ich da drüben Jetzt alles machen Ich sollte nochmal Zwei Typen finden Ich sollte Hier den Raum bauen Ich sollte Mit den Winzlingen sprechen Und Noch mehr Glaube ich Äh Ja Ab Dafür steeds tooth Alles Zwei 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 Das war's für heute.